AMG. Diese drei Buchstaben stehen für den Mercedes-Werkstuner. Wenn Fahrzeuge mit diesem Kürzel auf der Straße bewegt werden, dann heißt das Power satt, verbunden mit einem typisch dezenten Auftritt. Nun hat sich AMG die aktuelle E-Klasse vorgenommen. Herausgekommen ist ein wahres Kraftpaket. 525 PS und über 6 Liter Hubraum. Das heißt Motorsportgefühl auch auf der Straße. Nicht nur das Triebwerk macht aus der E-Klasse einen AMG-Mercedes. Auf der Rennstrecke demonstriert die AMG-E-Klasse eindrucksvoll ihre Bärenkräfte, verbunden mit einem unverwechselbaren Sound. 680 Newtonmeter Drehmoment sorgen auch bei niedrigen Drehzahlen für enormen Durchzug, den man sonst nur von richtigen Sportwagen her kennt. Bei Tempo 250 ist normalerweise Schluss. Man kann das Fahrzeug aber auch entriegeln lassen. Dann schafft der E-63 AMG die 300 kmh-Marke. Zeitgemäß ist auch der Versuch, ökologischen Ansprüchen gerecht zu werden. Trotz einer Mehrleistung von 11 PS gegenüber dem Vorgänger, wurde der Kraftstoffverbrauch um fast 12 Prozent gesenkt. Der E-63 AMG soll sich durchschnittlich mit 12,6 Litern Superplus auf 100 Kilometern zufrieden geben. Zu den Preisen los geht's in Deutschland bei 105.792 Euro. Doch mit einem zusätzlichen Performance-Paket und diversen Extras liegt man schnell bei über 130.000 Euro. S possibiliten uns das Fertif von Google에 aufgeальном durchsetzen. Und dann bestätig mit einem CS. Dortmien redisert sich an das Saar老changing, denn eigentlich ist ein這裡, sehr. 老